Musik Ja Kameraden und Freunde der Feuerwehr, vorstellen möchten wir euch hier auch unser Wattrettungsfahrzeug Argo 4x8, Amphibienfahrzeug, schwimmfähig, gehört zur Feuerwehr Büsum, ist uns zur Verfügung gestellt vom Tourismus Marketing Service, speziell für die Wattrettung hier bei uns an der Nordsee. Ja ausgestattet mit einem 30 PS Motor, schwimmfähig wie gesagt, können wir mit 30 Stundenkilometer durch das Watt fahren, um zu in Not geraten Lernen hinzugelangen, ohne dass wir zu Fuß weit raus müssen. Das machen wir jetzt praktisch mit einem Kettenantrieb, damit wir auch im Watt durch die Brille fahren können. Wir haben die Möglichkeit eine Schleifkorbtrage hinten zu verlasten, sodass wir auch Patienten mitführen können, die nicht mehr ganz gehfähig sind oder andere Probleme haben. Und wir haben auch eine Seilwinde, um uns selber rauszuziehen oder Patienten auch aus dem Watt in 20, 30 Meter Entfernung aus dem Schlick zu ziehen. Auch das ist möglich. Dieses Gerät dient tatsächlich nur zur Wattrettung und hilft uns bei allen Einsätzen auf der Nordsee bei Niedrigwasser. Das Gerät dient tatsächlich nur zur Wattreise bei Niedrigwasser. Das Gerät dient tatsächlich nur zur Wattreise bei Niedrigwasser. Nor marche Zerr.'